Hallo Monty, wie geht es dir heute? Ja Pepper, mir geht es heute sehr gut. Wenn ich die vielen begeisterten Kinder an der Thun Basel sehe, mit ihren glänzigen Augen, dann geht mir das Herz auf. Was gefällt dir an der Thun Basel am besten? Ja das ist ganz klar, das sind natürlich die rund 50 spannenden Experimente, wo Kinder zwischen 7 und 13 Jahren spielerisch an die Mathematik, die Informatik, Naturwissenschaft und Technik herführen. Cool Martin, dass ich in diesem Jahr auch an der Erlebnisschau bin. Wir finden es natürlich auch cool, dass du hier bist. Und zwar zusammen mit rund 30 weiteren Unternehmen und Institutionen. Und dir helfen mit, dass die jungen Talente von morgen sich schon heute für MINT begeistern. Handeln, das Lernen, das ist einfach das, was für Kinder das Wichtigste ist. Das nehmen sie mit, das bleibt ihnen und da lernen sie wirklich etwas Neues. Wir haben zwei Spiele mit dem Roboter Osobots und Kinder können verschiedene Sachen ausprobieren. Sie können Fragen beantworten und der Roboter kann in verschiedene Richtungen gehen. Wir engagieren uns, weil wir junge, kleine Menschen schon neugierig machen wollen, was die Fachrichtung Biologie angeht. Und ja, dass wir ihr Interesse wecken dafür, dass sie sich dafür entscheiden und womöglich auch irgendwann ihre Ausbildung bei uns machen möchten. Wir versuchen da einen Blick zu geben. Also mir gefällt, dass es da so viele verschiedene Sachen gibt, die man machen kann und alles sehr abwechslungsreich ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.